Murk, der sich diesmal gut gelöst hat, die Austria steht wiederum hoch und dann ist Murk alleine vor Hatzikic. Trauner hat das richtig gesehen und das war auch kein Abseits. Thomas Murk startet dann mit Tempo aus dem Mittelfeld und bekommt diesen schönen Pass von Gernot Trauner, der bislang der Mann bei den Riedern ist. Das 1 zu 0 hat er erzielt und jetzt das 2 zu 1 richtig schön vorbereitet. Ja, Thomas Murk trifft als frisch gepackener Papa. Da haben Paul Kudowatz und Gerd Schweitzer.